yo was geht ab willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar mero hat ja vor zwei tagen sein teaser rausgehauen zu seiner neuen single mein kopf der ist relativ gut angekommen natürlich in den trends auf 1 so wie man das halt von ihm gewohnt ist wie gesagt in den trends auf 1 2 millionen klicks hat das video auch schon und ist ja nur der teaser der geht 30 sekunden vielleicht kommt auch nicht viel vor vom video ja ich würde mal sagen wir gönnen uns auf jeden fall eine kleine hörprobe heute um 23.59 kommt der song auf jeden fall beziehungsweise um 0 uhr und dann könnt ihr das ganze streamen und euch das video auf youtube geben ich will nicht länger umfackeln wir können uns auf jeden fall einen kleinen part auf jeden fall geben davon wie gesagt das war ein paar auf jeden fall von ihm beziehungsweise ein kurzer ausschnitt davon das ganze könnt ihr euch dann heute abend ab 0 uhr wie gesagt überall reinziehen ich würde sagen wir geben uns noch einen zweiten part zum song kann man auch sagen dass das lied auf jeden fall diesmal drei minuten geht ist schon recht gut feiere ich in letzter zeit kommen von allen tracks die länger als zwei minuten 30 gehen ich weiß nicht ob die nicht so gut angekommen sind eigentlich schon damit verdienen sie auch mehr geld wenn die songs kürzer sind aber zwei minuten 15 zwei minuten 30 ist einfach viel zu kurz ja für die natürlich besser die verdienen mehr geld dran ihr könnt öfter stream aber ja feiere ich nicht so muss schon drei minuten sein wie gesagt ab zwei minuten geben wir uns jetzt noch ein part wie gesagt und den rest kennt ihr ja das ist der reform die hupen ja wie gesagt ab 20 uhr könnt ihr natürlich das ganze euch dann überall reinziehen ja zum euro der ein oder andere die in der eine oder andere nicht aber was soll man sagen gegen seinen erfolg kann man auf jeden fall nicht sprechen und da würde ich sagen peace und bis zum nächsten video